hallo und herzlich willkommen zu einem neuen part vom von entling ja es regnet es ist ein regnerischer tag und dementsprechend wenn du dich verlaufen hast kannst du immer auf die karte schauen ja wenn wir ein bisschen im ring herum spazieren und wir haben eine neue spur das ist gut ich wollte eigentlich dann mich demnächst hier auf den weg machen aber wir haben eine spur hier ist wichtiger wir müssen wir folgen ja hier ist noch ein ereignis ich werde einfach gucken wann es sich ergibt und stand aber so wie es aussieht noch nicht jetzt der hatte jetzt eine falle aufgestellt ist es weil er mich jetzt so oft gesehen hat deswegen oder oder warum ist da jetzt die falle oder werde ich so dass so entstanden im laufe des spiels so kommt ihr wetten ja das sind sie wir werden jetzt hier lang kommen also hätten wir es uns im letzten fall sparen können diese schwarze fleck hier aufzudecken ach so quatsch ich muss ja schnüffeln ich springe tatsächlich ist es seine tochter schaut mal wie traurig hier aussieht er gibt ihr was zu trinken schau mal jetzt sind wir bei der fabrik wir kommen wohl früher als gedacht ja unsere welt müssen gut genährt im moment er hat uns gesehen er hat auch böse geguckt okay wartet wir gehen mal zurück da war ein busch da möchte ich mich gerne verstecken ich kann leider nicht nachgucken jetzt ist halt nur die frage wie lange wir hier bleiben müssen ah ah sehr gut er läuft zwar lang das ist gut das ist gut das ist gut das ist eher weniger gut es wird gefährlicher und die nacht ist schon wieder halb rum was ist denn das das vergeht auch so schnell i know you know was okay hier ist es wohl geflutet okay hier scheint es wohl gar nicht gut zu gehen so wie es anhört ich habe die maus doch jetzt ich habe die maus doch wo es die maus sind das wird jetzt gleich okay irgendwie essen die gerade die maus nicht gut kann ich auch verstehen irgendwie und da ist noch ein müllbeutel gut zu essen okay hier scheint es wohl echt nicht gut zu gehen okay wir müssen wir müssen jetzt aber schnell nach hause das ereignis haben wir jetzt leider leider nicht aber wir können hier zu diesem zuhause und dann könnten wir das nächste mal wieder zurück nach oben ich weiß jetzt nicht ob es so klug ist hier hier lang zu gehen komm lass mir hier ist doch die mäuse jetzt meine güte endlich auch noch auch 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 Okay, da sind meine Welten. Okay. Wenn da noch der Scheinwerfer ist, dann bitte... Genau, gut. So. Das ist gut. Wird auch nur nicht zu laut sein. Das ist nicht gut. Das ist absolut nicht gut. Das ist absolut nicht gut. Gut. Warte, dann versuche ich mal so lang zu gehen. Oh, der kommt. Schnell meine Welpen, der kommt. Oh, hat der die Spur verloren? Nein, so. Aber ich riskiere es nicht. Ich laufe jetzt mal lang. Ja, die Nacht ist vorbei. Es ist schlecht. War noch nicht hier. Ja, von hier kommen wir. Ich weiß. Kommen wir hier jetzt... Nee, das sieht nicht so aus. Das ist nicht so gut. Okay, warte. Dann müssen wir doch nochmal zurück. Und vielleicht doch hier hoch. Das ist so. Das ist nur so nicht. Das ist nicht so gut. Das ist nicht so gut. Kommen wir halt nicht raus, ne? Dann, dann gehen wir nochmal zurück und gucken, ob wir wieder... Ob wir nach Hause können. Gefahrlos. Das ist halt so blöd. Die Nacht ist rum. Es ist Tag. Das ist semi-optimal. Das ist alles andere als gut. Das ist nicht gut. Nein. Nein. Das ist halt genau da, wo wir hin müssen. Das ist halt genau da, wo wir hin müssen. Das ist halt nicht optimal. Ich weiß nicht, wie wir hier wegkommen sollen. Und hier gibt's halt auch kein Essen. Können wir nicht einfach hier weiter... Gucken, was passiert. Hier ist immerhin ne Maus. Das ist... Immerhin etwas. Hier ist noch ne Maus. Der eine Welpe kann halt nun nicht... Kann der jetzt doch glättern? Nee. Kann den Welpen nicht nehmen. Das heißt, entweder ich muss den zurücklassen... Oder wir haben Probleme. Ich will mal kurz was ausprobieren. So, isst mal... Erstmal kurz die Maus. Bitte. Hallo? Welpen? Maus. Hier. Jetzt. Essen. Ich will nur der eine Welpe futtert. So, du kannst nicht klettern. Warum können wir denn nicht klettern, wenn wir unseren Welpen im Maul haben, aber eine Maus? Oh, das ist doch ätzend. Wie soll ich hier jetzt rauskommen? Nee, wir bleiben nur eigentlich eine Möglichkeit vorbei. Das ist halt nicht gut. Das ist nicht gut. Wir würden hochkommen bei uns rein. Nein, unsere Welpe kann nicht klettern. Und der Fuchs kann nicht klettern, wenn wir den Maul haben. Was sollen wir jetzt tun? Ach, es wäre doch einfacher, wenn er eine Welpe... Wenn er das auch könnte. Ach, Mann. Okay. Wir könnten es riskieren und an dem Vorbeirennen. Äh, ja. Okay, komm. Wir riskieren es einfach mal. Weil es bringt ja nichts. Wir kommen hier sonst nicht raus. Weil diese eine Welpe nicht klettern kann. Nützt nichts. Vielleicht ist er ja nicht so gemein. Wir wissen halt nicht, wo wir sonst hingehen könnten, wenn der nach da dann läuft. Weil ich hier in die Richtung laufe. Die Zeit kommt jetzt dann los. Oder ist er jetzt weg? Oh, ist er jetzt weg? Oh, das wäre gut. Das wäre hervorragend. Bitte lass ihn weg sein. Nein, ist er natürlich nicht. Jawohl? Doch. Doch, doch. Er scheint weg zu sein. Das ist gut. Aber unsere... Meine Welpen haben Hunger. Das ist ein riesiges Problem. Das ist ein riesiges Problem. Das einzige, was wir hoffen können, ist, dass dieser Müllsack uns noch essen hat. Jawohl. Jawohl. Dann können wir das jetzt wenigstens essen. Das macht jetzt nicht so viel satt. Aber besser als nichts. Und rein in die Foxhöhle. Wir müssen jetzt definitiv direkt Essen suchen. Wir müssen jetzt direkt Essen suchen. Sonst verhungert der nächste Welpe. Und das ist nicht gut. Aber wir haben hier ja einen Busch in der Nähe. Das ist auch gut. Und wir können nochmal gucken, ob in diesem Müllsack... Ähm... Ähm... ...noch mal Essen drin ist. Die Spur können wir jetzt kurz nicht verfolgen. Wir müssen Essen auftreiben. Okay. Der Müllsack ist leer. Aber hier die Bären. Okay, wir folgen der Spur. Aber Essen hat Vorrang. Das heißt, wenn ich irgendwo Essen rieche, laufe ich zum Essen. Sie ist hingefallen. Kein Welpe kann halt buddeln. Das ist schlecht. Warum rieche ich denn kein Essen? Oh, ich sehe jetzt seine Maske. Aber der hatte die doch auf. Der hat um Hilfe gefühlt. Und der ihm wurde nicht geholfen. Hier ist Essen. Ja, Welpe, los, hol das Essen. Oh, das ist gut. Oh, das ist sehr gut. Oh, guck mal, wie viel Essen es gibt. Oh, das ist perfekt. Das ist hervorragend. Das ist hervorragend. Ich habe was gehört. Ich habe irgendwas gehört. Ich weiß nicht was. Da. Ich höre Husten. Er versteht, dass wir die Mutter sind. Nee, Wein. Er versteht, dass wir die Mutter sind und wir auch unseren Welpen verloren haben. Das ist so süß. Warum ist er freigeschaltet, die Nadel im Müll haufen? Warum ist er freigeschaltet, Familien treffen? Warum ist er freigeschaltet? Warum ist er freigeschaltet? Warum ist er freigeschaltet, sprachlos? Das war wohl vermutlich wirklich seine Tochter. Er hat sie verloren. Das ist traurig. Aber immerhin hat er dadurch verstanden, dass wir auch unser Kind verloren haben, indem er das entführt hat und hat uns unseren kleinen Fuchswelpen wieder zurückgegeben. So, damit haben wir unseren entführten Welpen wieder. Damit sind wir wieder zu dritt. Mal schauen, wie lange. Die nehmen den einfachen Weg und fallen trotzdem hin. Die sind so süß, die kleinen Racker. Okay. So, da kommen wir wahrscheinlich nicht mehr hoch. Es hieß ja, hohe Dinger können wir nur runterspringen. Hier ist Essen. Ich bin dumm. Ich bin dumm. Ich bin dumm. Ich wollte C drücken. Warum C? Damit schleicht man nicht. Aber hey. Ich bin noch zu lieb. Oh nein! Okay. Das war keine gute Idee, so diesmal eigenes zu laufen. Ist hier nicht noch irgendwas zum Verstecken? Okay. 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 Kommt, Welpen. Nicht trödeln. Okay. Hier wieder zu Notenbusch. Das war keine gute Idee, zu diesem Ereignis zu gehen. Einfach laufen. Da ist Gefahr. Von mir so lang. Okay. Die Taubel ist nicht mehr da. Dann wieder runter. Und jetzt wird das Dinger entstanden. Und jetzt wird das noch nicht mehr verrückt. Jetzt wird das noch nicht mehr zu gehen. Anfänger. Generation. Warum wollen mich alle haben? Nein, gib weg. Ach, dieser Bau ist jetzt weg. Wo bin ich denn? Ich muss hier lang weppen. Weppen da. Wir haben jetzt nur noch diesen einen Bau. Wir müssen nach Hause. Eskaliert gerade einfach alles viel zu schnell. Aber ich finde schön, dass er wenigstens nicht gerannt ist, sondern geschlichen ist. Und das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Cool, wir haben unseren Welpen bekommen und den werden wir direkt verlieren. Nein, da ist eine Maus. Wie komme ich an die Maus? Wie komme ich an die Maus? Ich brauche diese Maus. Ich komme nicht an diese Maus. Oh, Junge. Nimm doch einfach den richtigen Welpen. Jetzt kann ich den nicht mehr loslassen. Willst du mich? Ja, super. Ja. Ja. Ja, der wird jetzt verhungern. Danke für gar nichts, Spiel. Danke für gar nichts. Ganz ehrlich. Wow. Super. Ja. Tschüss, Welpe. Ja, ich jetzt kann ich nicht schlafen. Ja, der ist jetzt tot. Hervorragend. Super. Danke, Spiel. Wieso hat die auch diesen Welpen nicht genommen. Dann konnte ich den anderen nicht mal mehr loslassen. Was soll das? Ja, super. Wir haben toll unseren Welpen zurückgeholt. Ganz klasse. Super. Weil wir halt auch die ganze Zeit vor diesen blöden Plünderern fliehen mussten. Da kannst du dich direkt wieder von deinem Welpen verabschieden. Und da ist eine Falle. Hervorragend. Dann verabschiede dich nicht von deinem Welpen. Es hat jetzt gerade richtig alles kaputt gemacht. Da haben wir endlich unseren Welpen bekommen. Es hat gerade diesen einfach diesen Moment zerstört. Einfach diesen schönen traurig Moment Gedöns hat es einfach gerade komplett kaputt gemacht meiner Meinung nach. Nur weil wir die ganze Zeit vor diesen Jägern fliehen mussten. Dann ist jetzt mein Welpe verhungert. Ja, hervorragend. Besser kann es ja nicht laufen. Ich habe gerade keine Ahnung, wo ich hingehe. Es hat gerade einfach kaputt gemacht meiner Meinung nach. Und ich reg mich darüber jetzt auf. Ja. Weil es einfach komplett scheiße ist. Es ist wie es ist. Scheiße. Und dann sieht man auch noch eine Maus und dann kommt man nicht mal zu dieser Maus hin. weil... Keine Ahnung. Man sich nicht frei bewegen kann, sondern hier auf die Wege angewiesen ist. So. Hey, du, wenn du noch da bist, danke, dass du meinen Welpen zurückgegeben hast, aber der ist jetzt tot. Oh, er hat sich selbst gebracht. Alles klar, der hat Selbstmord begangen. Ja, gut. Ja, gut. So. Oh, jetzt kommen wir nicht mehr so leicht hier hin, weil wir müssen immer wieder hier hin zurück, weil... unsere... unser Bau ist jetzt weg. Hier, die zwei. ist es doch einfach nur doof. Einfach nur doof. Ich kam hier auch nicht weiter, weil... dieser Mensch hier wer... war. Jetzt hätte ich noch beim Fuchsbau geguckt, ob es da einfach was zu essen gibt. Okay, wir können nicht drüberspringen. So. Das bedeutet, wir kommen nicht mal mehr zum Fuchsbau. Zumindest nicht von hier aus. Das macht vorragend. Dann gehen wir einfach doch wieder nach Hause, wenn gut ist. Und beenden diesen Part. oder ist gesperrt. Da kommen wir nicht weiter. Wohl. 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 Jetzt kommen wir weiter. Alles klar. So, haben das Schloss entsperrt und müssen jetzt... Jo. Oh. Gut. Dann sind wir wieder nur zu zweit. Hervorragend. Werden wir sich auch verhungern, weil wir nichts zu essen finden. Es läuft halt alles gerade nicht so gut. Es gibt halt auch nirgends Essen, muss man halt auch sagen. zumindest im Moment. Okay, hier gibt es Essen. Es kommt jetzt leider zu spät, weil unsere Welt ist schon verhungert, aber naja. so ist nun mal die Natur. Es schaffen nicht alle. Jetzt wäre ich fast auch noch in die Falle reingerannt. Naja, ab nach Hause. Kommt ihr Welpen? Ja. Kommt ihr Welpen? Ja. Ja. Jetzt einfach schlafen und den Part beenden. Naja. Okay. Das war's. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis hoffentlich zum nächsten Mal. Bye, bye. Bye.